Hallo, mein Name ist Susanne Beyer und ich bin Mama von zwei Kindern. Bist auch du Mama und auf der Suche nach einem Job, bei dem du Beruf und Familie vereinen kannst? Ich beschäftige mich schon seit Langem mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Nach meiner Elternzeit konnte ich in meinem Job leider nicht in Teilzeit arbeiten und in meiner Branche gibt es auch so gut wie keine Teilzeitstellen. Mir war es schon immer wichtig, dass ich Zeit habe für meine Kinder und nebenbei einen Job ausübe, der mir Spaß macht, der anspruchsvoll ist und bei dem ich mir die Zeit frei einteilen kann. Durch Zufall bin ich dann auf die Firma Dr. Juchheim Kosmetik gestoßen und ich fand das Modell sehr interessant, weil hier ich entscheide, wann ich arbeite, wie viel ich arbeite und wo ich arbeite. Jetzt arbeite ich als freie Beraterin, vormittags, wenn meine Kinder im Kindergarten und in der Schule sind und nachmittags habe ich Zeit für meine Kinder. Ich konnte mir auch mittlerweile ein ganz gutes Einkommen aufbauen und so die Familienkasse gut aufbessern. Auch du hast die Möglichkeit, dir hier online was aufzubauen und dich weiterzuentwickeln. Dr. Juchheim Kosmetik ist in einem stark wachsenden Markt tätig. Die Nachfrage nach Anti-Aging Kosmetik nimmt enorm zu und Dr. Juchheim Kosmetik hat Alleinstellungsmerkmal mit der Creme Bye Bye Cellulite. Das ist die einzige Creme am Markt, die Cellulite effektiv verbessern kann. 90% aller Frauen leiden an Cellulite. Wenn auch du jetzt Interesse hast, in diesem Markt tätig zu sein, dann schreib dich hier unten ein. Ich werde mich bei dir melden. Bis dann!